Jetzt bitte ich Sie, sich in Ihrer Gruppe auszutauschen und die wichtigsten methodischen Tipps für den Einsatz digitaler Medien auf Zettel zu notieren. Oh, wir haben eine Menge Tipps gesammelt. Das ist ja großartig. Ich werde nun versuchen, die gesammelten Tipps zu klastern. Es scheint, dass die Strukturierung und die Einhaltung von Regeln mehrmals erwähnt wurden. Vielleicht könnten wir hier noch hinzufügen, dass es wichtig ist, den Anfang und das Ende einer Phase explizit zu benennen und möglicherweise die mediale Situation zu variieren. Hier finden Sie noch einmal alle gesammelten Tipps.